Das erste offizielle Poteinander Shirt made by Feingut Drucke vom Olli. Warum denn Feingut? Feingut ist im Prinzip ein Begriff aus der Siebtechnik bzw. auch aus dem Bergbau und das Ganze ist, wenn Kohle abgebaut wird, wird das über Förderbänder weiter transportiert und dann dementsprechend in Grobgut und Feingut unterteilt in der Siebtechnik und dadurch, dass ich ja den Siebdruck halt dementsprechend mache und bisher alle Papierprints usw. auf dem Thema Ruhrgebiet münzen, ist da halt dann auch über den Namen der Zusammenhang im Monat. Sehr cool. Also ihr seht ein Shirt mit Bezug zum Ruhrgebiet. Perfekt für Poteinander. Also haut rein. Ja, Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich Willkommen bei Poteinander. Ich bin der Strömi, das ist der Olli und wir sind hier bei Ambos Tattoo in Gelsenkirchen. Es geht aber nicht um die schöne Körperkunst, sondern es geht um Textil und zwar um Shirts, Netzwerkshirts. Und da hat der Olli eine super Aktion ins Leben gerufen und zwar dreht sich das Ganze um Siebdruck. Olli, erzähl doch mal, Netzwerkshirts. Was handelt damit auf sich? Die Netzwerkshirts sind im Prinzip daraus entstanden, dass ich mir im Lockdown, im zweiten Lockdown, eine kleine Siebdruckmaschine gekauft habe, um für den Laden eigenes Merch zu machen. Und das war dann auch kurz vor Weihnachten so, dass ich gedacht habe, okay, dann nochmal so das Weihnachtsgeschäft auf dem Wege so ein bisschen mitnehmen halt. Und habe dann über die Zeit jetzt im letzten Jahr gemerkt, wie viel Spaß für mir Siebdrucken halt auf jeden Fall macht und das Ganze auf dem Papier weiter betrieben und dann jetzt zum Anfang diesen Jahres 2022 dann wieder auf Textil außerhalb der eigenen Merch-Sachen. Und im Prinzip die Idee dahinter ist, das Ganze auch ein bisschen nachhaltig zu gestalten. Das heißt, ich mache für dich in dem Fall jetzt halt ein Motiv fertig und das Ganze wird dann halt über Social Media, über deine und meine Kanäle eine Woche lang halt beworben. Danach wird geguckt, okay, wie viele Bestellungen sind jetzt reingegangen und dementsprechend aufgrund dieser Zahl dann die T-Shirts dann bestellt und bedruckt. Die T-Shirts selbst sind dann auch nochmal Bio- oder Fairtrade-Shirts, sodass halt so der ganze Nachhaltigkeitsgedanke noch weitergezogen wird, dass es halt nicht nur On-Demand für die Bestellung ist, sondern halt vom Textil selbst halt auch noch. Und ja, danach wird das Ganze dann halt von mir hier auch versteckt, so, dass du im Prinzip ein gutes Merch für Poteinander halt hast, verdienst an jedem Shirt auch nochmal einen Fünfer mit, sodass nicht nur ich supportet werde, sondern du halt dann dementsprechend halt auch. Und ja, und so ist halt am Ende aus meiner Sicht gesehen eine Win-Win-Situation für alle halt. Mega geil. Also ihr habt es gehört, es geht hier um ein Poteinander-Shirt. Und zwar ein absolutes handgemachtes, mit Liebe und absolutem Bezug zum Ruhrpott hergestelltes Shirt, absolut einmalig und gibt es auch dann wirklich nur in dieser Woche zu bestellen, in diesem Zeitraum. Also das ist eine wirklich einmalige Gelegenheit, ein wirklich cooles, individuelles Shirt, absolut aus hochwertigen und nachhaltigen Materialien zu bestellen mit einem richtig, wahrscheinlich auch sehr, sehr geilen Mutti. Wotanander-Shirts made by feingutdrucke.de vom Olli. Ich freue mich sehr und ja, ich bin darauf aufmerksam geworden, ja, beim Instagram-Posting, habe das Ganze kommentiert und so haben wir irgendwie zueinander gefunden. Ja genau, also ich hatte jetzt vorher die Aktion mit dem Sascha von Ruppott Outdoor und da hattest du mich dann halt angeschrieben, so sind wir dann halt, ja, haben wir zueinander gefunden in dem Sinne. Und ja, jetzt machen wir dann nächste Shirt miteinander. Ja, sehr cool. Dann sag doch mal kurz, wann geht das denn los? Die ganze Aktion wird jetzt stattfinden von Montag, 3. April. Ja, dann. Wir legen los in der ersten Aprilwoche. Ja. 3. bis 10. April. Ja. Und genau in der Zeit heißt es bestellen, teilen, kommentieren und wirklich ein sehr, sehr geiles Shirt, seinen eigenen. Total cool. Ich bin gespannt, seid ihr auch. Und dann haut rein. Bis dahin, euer Schrömmi von Porthalander und der Olli von Feingutdrucke und Amboss Tattoo. Ciao.